Hallo und herzlich willkommen zu der Next-Gen Padawan News Teil 4. Diesmal leider nicht aus dem Studio, aber das hier ist besser als nix. Zuletzt haben uns dieser Fisch und Superbrows verzaubert. Riz ist, wie schon vermutet, aus dem Wettbewerb ausgestiegen, auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen. Damit sind dieser Fisch und die Superbrows automatisch eine Runde weiter. Commander Krieger hat übrigens die neuen Aufgaben verteilt. Gruppe A bestehend aus SR Gaming und der Spielmacher sollen klug scheißen. Fisch und die Superbrows rasten aus. Ey, ich raste aus, müssen die jetzt Holz machen. Und Gruppe C soll eine Nachrichtenshow machen. Und es gibt bereits die drei nächsten Aufgaben. Gruppe B soll sich was zum Thema schlechtestes Spiel einfallen lassen. Gruppe C soll abheben. Und Gruppe A kommentiert Kommentare. Wenn ihr sagt, ihr könnt das besser als die Padawan-Anwärter, dann macht doch mit bei der bessere Padawan. Ja, guck mal, der Krieger setzt noch einen drauf. Ihr könnt euch aus allen Aufgaben eine heraussuchen und dazu ein Video posten. Ein Sendeschluss ist der 20.12. Und zu gewinnen gibt es richtig tolle Preise. Die drei besten sind vorne mit dabei. Meine Videos der Woche kommen vom Panda und vom Chaos King. Panda hat ein Motivationsvideo gemacht, wie man sich dazu motiviert, Videos zu machen. Man nimmt das Mikro, die Kamera, irgendein Equipment, was man gerade besitzt und versucht sein Bestes zu geben, um dieses eine erste Video zu machen. Wer den Chaos King ein bisschen besser kennenlernen möchte, der kann ihm seine Fragen schicken. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der Next-Gen Padawan News. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch unten in die Kommentare, lasst mir ein Däumchen nach oben da oder abonniert den Kanal 30-something. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen oder auch bei Twitter. Die Links gibt es unten in der Videobeschreibung. Tschüss. Ich hoffe, das war's. Schwere, schwere Geburt dieses Mal. Echt jetzt. Alter Schwede. Wieso mache ich das eigentlich? Nein, Spaß macht. Ey, du glaubst auch nur, weil du einen Bart hast, bist du gleich ein Hipster, du Affe. Verpiss dich.